hallo und herzlich willkommen zurück bei crackdown 3 ja die letzte folge war ja ein zusammenschnitt von den zwei bosskämpfen plus ein mega battle ultra mega fight mit allen möglichen piechern und gegnern was rumlaufen explosion und ping ping weil ich ja das mit der sprachaufnahme verkackt habe deswegen setzen wir jetzt hier gleich weiter und ich vielleicht schaffe ich es heute durchzuspielen ich muss schauen wir haben nur noch einen normalen boss drei wie elektrische ich bin jetzt an den anfang gefordert die verstärkung rückt auf ihre position vor ja dann machen wir das alles kaputt ich muss doch alles aufnehmen Ey! Irgendwann auch da! Keine Ahnung was hier abgeht. Eigentlich wollte ich mich nur da hinforten. Weg damit hier. Pitch to land! Oh, das war... Gehen wir doch erstmal weiter hoch und schießen die Viecher weg. Agent lokalisieren. Ausstrahlen. Das ist ja stimmt, die Penner schießen hier. Ja, ja, vergesse ich gerne. Unsere Scanner haben den Agent aufgespürt. Industrieangriffstruppen. Bedrohung neutralisieren. Zurecht sogar langsam. Versuchen Sie etwas reinzuschmeißen. Das sollte mehr Schaden anrichten. Wir verfolgen eine aktive Agency Bedrohung. Vorrückung zu meinen Koordinaten. Ja. Reih euch mit mir anzulegen. Ist bereit. Zerleben Sie es. Was ist das für ein Ventil? Industrieeinheiten brauchen mehr Feuerkrank bei dem Agent. Das ist ja großartig. Werde? Alter, wo kommen denn jetzt zwischen mir her? Verbrennen Sie sie alle! Einzelne Agency Bedrohung auf dem Scanner. Ein Druck einsetzen und Angriff neutralisieren. Hä? Jetzt aber. Verrück. Denn das kein großartiger Tag am Strand war Agent. Diese Erntemaschinen auszuschalten war kein leichter Job. Aber sie haben die Agency stolz gemacht. Gefechtsbereitschaft auf. Die Agency ist das nächste Mal dran. Oh oh. Was? Treulosigkeit? Wer oder was? Ich hab keine Ahnung was abgeht. Da hast du die, ne? Direkt vor mir. Uh. Echo. Ein ganzes Team hat die Agency Datenbank durchforstet. Es gibt keine Infos zu Projekt Vitalis. Ich habe nur Gerüchte. Die Miliz spricht von Leuten, die verschwinden. Zivilisten, die irgendein exklusives Jobangebot annehmen und nie wieder gesehen werden. Ich muss sagen, es ist ganz schön schwierig, dich zu töten. Dank der faszinierenden Agency Technik, die durch deine Adern fließt. Ich frage mich, wie stark du noch werden könntest, wenn jemand dir wirklich alles abverlangt. Ich würde dich um Erlaubnis bitten. Aber die brauche ich nicht. Die Stadt ist abgeriegelt. Bis niemand Verstärkung vernichtet ist, hat sie dich im Visier. Oh Gott. Dauerbefehl zu können. Verdammter Arschgeier. Keiner zerpflückt meine Agents. Sie stellt sie auf eine Zerreißprobe. Aber ihre Truppen leiden darunter. Stark. Das Ding konnte ich doch vorher aufheben. Oh, jetzt ist es weg zu dürfen. Drohnen erledigt. Update. Killermaschinen unterwegs. Wo denn? Du merkst mich an. Ach, das ist doch schön. Mitzel, Mitzel, Mitzel. Die sind ein Ech da rauf, Gold Agent. Totalisiert. Trütungsbefehl bestätigt. Und. Ja, wie sehen Sie denn alle? Erinnern Sie mich daran, Ihnen nie in die Quere zu kommen? Ja, würde ich auch behaupten. Ja. Als ergens die Kante direkt stromen, die können wir nicht mal zacken. Ja, da haben die liefst mich daran. Getting in die Quere zu haben. Das ist ja gut. Oh Gott, jetzt gehts mich daran. Ja? Warte mal, was ist da hinten eigentlich zu zeigen? Achso, das Ding ist von Terra. Ich finde den Namen niemandem immer noch komisch. Hey, hier steht er so allein dahinten. Was soll das für ein Update sein, ist ja nicht so, als ob die in der Zukunft schon da sind. Komm, das geht um überhaupt nicht. Oh, ich liebe meine Stärkepower. Wo gehen wir eigentlich hin? Ich wollte die alten Plotten machen. Sie setzen die Schubdüsen geschickt ein. Die werden ihnen später noch nützlich sein. Die sind mir schon seit Stunden nützlich, Mann. Da sind wir oben hin, oder? Vor allem meine Fahrzeug-Skills sind immer noch 076. Ich würde mich interessieren, wie ich die eigentlich upgraden kann. Nachschubpunkt erobert, gut gemacht. Jetzt muss ich wieder hochlaufen, ne? Oh! Oh! Ich hätte ja gedacht, dass es hier einfach einen Eingang gibt. Ich bin nur auf Shopping-Tour hier. Keine Sorge! Hä? Ich muss da wegnehmen. Wie geht zu sehen? Ich werde da immer etwas tun. Oh, da 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 Komm ich noch raus, oder? Hä? Schweine. Schaut, aber effektiv. Tschüss. Ich weiß nicht mehr, was ich hier mache. Ziemlich tödlich, Agent. Ja, ich weiß. Muss ich jetzt da ganz rum? Ist die alte da oben? Ah ok, ich muss durch... Da oben? Keine Ahnung. Ich geh jetzt einfach mal hier weiter. Mich störe die Wand, weg damit. Hey Leute. Ah, ich bin einfach zu männlich für die. Da treten wohl gar nix zurück. Ich bin schwarz und ich hab Muskel aus Stahl. Bedrohung identifiziert, bei Sichtkontakt vernichten. Wie die haut ab. Ihr Trottel habt mich im Stich gelassen. Jetzt muss ich mich selber um diesen Agent kümmern. Das ist unsere Chance, wenn wir Novas & Forsterboss die Flügel stutzen wollen. Wir drohen, wir auf Stufe 1. Agent, ich fordere dich hiermit auf die Insel zu verlassen. Sonst war's. Schön. Zeig mir, was du drauf hast. Wow, 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 wow. Alter. Achtung an alle Einheiten. Ziel ist in roter Zone. Ich glaub ich hab ein Problem. Ver страх sich nicht. Schütteln wenig. Regeln bricht man nicht, Agent. Knochen aber schon. Xavier Interластion ist Agent erfasst. Du befindest dich auf Terra Nova, Eigentum. Bereite dich auf den Tootspot! Hey, Kumpel, komm mal her! Braucht dein Scheiß. An alle Ressourcen. Agency bedrohende Wende. Eintreifen und neutralisieren. Warte mal, hängen der da? Dann kann ja das nicht funktionieren. Wow! Ich glaube, ich brauche den, um es zu sehen. Warte mal, komm! Erfrieren Sie da draußen nicht! Sieh, du redigiert. Ressourcen näher an sich. Ja, die da war. Ja, die da war. Verbrechen gegen Terra Nova wirst du kalt! Pack ein bisschen, alter, ja? Krass! Ich bin schon mit ganz anderen Klaus-Sack. Sicherheitserfahrer. Essen! Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Ohne ihre Enforcer-Anführerin, die die Bevölkerung gefügig gehalten hat, hat Terra Nova keine Kontrolle mehr über die Stadt. Die Miliz macht mächtig Druck. Sie haben N'Garta in seiner Zentrale eingekesselt. Macht Feuer unter dem Kessel! Kulin N'Garta interessiert sich nicht für Unternehmenssicherheit. Was ihn antreibt, sind sein Blutdurst und seine Faszination für schwere Waffen. Er stellt auf der Insel eine Privatarmee zusammen. Oder versucht es zumindest. Ich habe seine Sicherheitsfestung auf der Karte markiert. Es ist eine über 350 Meter hohe Kampfstation im Stadtzentrum. Nicht zu übersehen. Überlebensschluss 39 Prozent. 74 Prozent. 74 Prozent. Jetzt ist die Frage, werden die schwächer, wenn man das Zeug fertig macht? Awww. Ich bin hier Stellvertreter. Die Monkey Moonshan Kioske. Hören Sie mir zu, Echo. Geschafft. Wir haben all die Chimera-Infos analysiert, die Sie gesammelt haben, sowie das, was wir in den Verdunklungszonen gefunden haben. So etwas hat die moderne Wissenschaft noch nicht. Eilmeldung. Wissen wir schon längst. Es schaltet die Energie nicht nur aus, es verzehrt sie. Jeden letzten Tropfen hinterlässt nichts als ausgelaugte Erde. Fast so wie die Seele der Frau, die an allem schuld ist. Die der bald unter der Erde liegenden Terra Nova Gründerin. Was sollen wir das jetzt sagen? Ich könnte die Flax noch zerstören. Ich könnte es auch einfach so probieren. Ich meine, scheiß auf Überleben schon aus irgendwas, dingster Prozent. Huiiii. Manche nennen es hier den Innenstadt-Korridor. Ein Weg zum Wagen. Ich könnte es nur einsetzen auf einer bestimmten Höhe. Ich nenne es die... Das war... Ja. Ich würde es jetzt ungern dumm nennen. Ja, es ist dumm. Was ist denn das? Ich habe da irgendwas auf dem Schirm. Ist es der da? Guck, wir tricksen jetzt die Überlebenswahrscheinlichkeit aus. Wie auf Wolken zu schweben. Ja, ne ganz Wolken. Achso, die haben eigene Zeichen. Ich dachte, wir hätten hier die Bilder sind die Zeichen. Ein Gater. Genau. Agent, der Sicherheitskomplex liegt vor dir und du bist nicht allein. Die Miliz ist bereits vor Ort und verprügelt in Gartas Truppen nach Strich und Faden. Wer hätte das gedacht? Die Revolution findet statt. Ja, aber was bringt mir das Ding jetzt hier? Ach Gott, da drüben! Äh... Ja gut, dann laufen wir halt außen rum. Warum komme ich da nicht hoch? Noch mal ein Stück über uns, ne? Ja scheiße, wie komme ich denn da hin? Sichtkontakt zum Agent verloren. Abbrechen und neu formieren. Alter, wie halt alles was Sift ist, ne? Alter, wie halt alles was Sift ist, ne? Da muss ich hin. Das ist das, wenn ich das mal rauskommende, wache alles rauskommt. Ich brauche, dass es das in der Länge gericht. Vielen Dank.